YOLO! Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Need of Legends. Dieses Mal mit dem Master E Mitte. Und ich hab mir mal gedacht YOLO, wir machen es einfach. Und wie der Hando Blah das immer schafft, können wir auch, würde ich mal sagen. Komm, 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 ich greife alles, nein! Alles klar, der arme Mut schafft es einfach gar nicht. Schade, es wäre zu schön hätte ich mit teleportieren können. Dein Ernst, I, Umzerstörer? Hahaha! Jo! Warum nicht? Einfach ein bisschen nachmachen. Warum nicht? Ein bisschen ausbuschen und vielleicht irgendwo einen Gang starten. Ich weiß nicht, ich schaffe die Namumu. Ich hab jetzt alles. Alles ready. Der holt höchstwahrscheinlich sein... Das heißt... Ja, der ist gut. Alles klar. Der sollte eigentlich sterben. Jawohl. Kann ich das noch überleben? Nein, ich hab kein Mana für Q. Aber egal. Raumzerstörer nicht ready. Die sind aber... Das ist so eine geile... Oh mein Gott. Ich hab keinen Flash leider, yo. Na, schade, 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 schade. Können wir trotzdem diben, ne? Ich versuche jetzt einfach. Ich will jetzt erstmal die zu holen. Alles klar. easy bleiben ohne den unzerstörer der ecco ist nicht da wir schaffen sogar den tower und noch den dragon etwas glück okay ich dachte wir machen etwas mehr der menschen gar nicht ein bisschen man und los geht's ich habe zwar kein mana aber die waren zweimal tot ecco ist höchstwahrscheinlich low gewesen ich weiß nicht ich habe jetzt gerade das leider nicht gesehen ich bin damit mehr als zufrieden 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 mehr zufrieden auf jeden fall machte diese kleine wurde ich hatte diese kleinen kuren sie meinen yolo schade ich hätte rennen sollen aber egal machen sieht einfach um zerstörer easy kill easy kill er hat richtig schiss der jungen er hat richtig schiss vor dem master ii so what sollte ich hier nicht stehen das heißt wir gehen mal alles klar jungle ist das kaka alter ein gegner ist nicht aufzuhalten ein gegner ist nicht aufzuhalten die hat kein stun die hat kein stun naaaah ja ok ich mach gerade irgendwie vollkühlen wuuuup alter die macht schade das ist nicht alles klar wenn jemand die mitte halten wird man was geht auf alter wo sind die alle amana ich wollte eigentlich wo machen wir aufkommen ooooh ooooh der hat wohl sein was meine kuh hat nicht funktioniert du dumme fuhrer alter kann doch nicht wahr sein oh mein gott oh mein gott der holt sich noch oder aaaah nicht euer ernst alter und dann kommt der noch was steht da schon 4 1 diese kleine bengel alter krass egal wir haben die hier egal wir haben einen kill 5 6 juckt mich nicht damage macht er aber immer noch nicht um ehrlich zu sagen er hat seine ulti nicht mehr was ist da was ist da ist da mein krimus ist das euer ernst wo seid ihr alle ihr dummen chulen alter die kommen erstmal dann wenn ich tot bin alter was ist das für ein scheiß man oh diese dummen missgeburten ey krass sie sind nie verlassen ohne die teammates ey meine fresse ehrlich kann doch nichts was sein aber egal komm zusammenreißen los geht's jawoll alles klar ist noch ein kleiner fail alles klar alter diese dumme kuh diese springende dumme kuh ey teamfight ohne mich aber sie gut aus sieht sogar nicht schlecht aus ja ok die waren auch 4 gegen 3 ja die haben aber kein das ist das zugekriegt man ich mach zu viele jolo play ist nicht schön oh mein gott ist das euer ernst alles klar alles klar ey wenn ich ich hab doch ich hab ein ich hab ein das ist der alles klar hau rein sie zerfickt mich einfach alter sie zerfickt mich einfach Okay, jetzt haben wir so keine Chance gegen die. Also ich zumindest. Die zerreißt mich in Stücke, ohne Witz. Doch, Magiri ist das krass. LOL. Die hat noch sogar den Red fest. Oh mein Gott, Alter. Wie schäb ich es. Das ist krass. Hier stehen sie nur noch. Nein. Okay. Komm, Darius. Darius sollte es eigentlich regeln. Na? Na? Komm, Darius, dreifach. Diefach. Alter, mach doch deine dämliche Ulti. Du dummer Kurensohn, Alter. Warum hat er keine Ulti gemacht? Ist das doof, Alter? Alles klar, Mann. Was für Aufliegen. Geht mal weg. Es ist so unnötig, ihr dummen Nutten, Alter. Lass doch meine Fahrt, Mann. Ja, geist hier noch mehr von diesen dummen Vorsinnen. Komm, jetzt einfach. Lass, Alter, Alter, was du dummen Nutten, was, Mann, was, Mann, was, Alter. Jawohl, ja, juck mich nicht. Wir ficken die alle. Komm. Den auch noch. Nicht, okay. Alles klar, Alter, wir diven. Alles klar, Alter, wir diven. Der hat keine Ulti. Der hat Ulti gehabt. Alles klar. Oh, diese dumme Kurensohn von Akali, Alter. Kann doch nicht wahr sein, Mann. Ich raste gleich komplett aus. Diese dumme Kuren holt sich noch einen Franken. Krass, Mann, mein Kill. Weiter geht's. Warum willst du mich nicht mal stunnen, du Hurensohn, ne? Ja, was denn, ah? Ja, was, ha? Ha? Ja, was denn los, ha? Ja, was denn? Bin ich etwas schneller als du? Hm? Amo, hm? Was denn los, du dumme Kuren, Alter? Erstmal ein Tranken. Juck mich nicht, Alter. Ja, komm. Warum bin ich jetzt voll langsam diese dumme Kuren, Alter? Alter, wieder. Alles klar, den nutzt noch seinen Scheiß. Ich will den Scheiß... Diese dumme Kuren, Alter! Ich weiß da, ich weiß da, für alles, Mann. Von hier bis hier, Alter. Flash... Ja, okay, flash nicht, aber trotzdem ulti, alles. Der holt... Einf... Boah, will die Flanken, die Bitch? Oh mein Gott, die ist tot, oder? Nichts. Was für Dragon? Nein, 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 nein. Nein, 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 kein Dragon, kein Dragon, kein Dragon. Dumme Kuren, die sind doch auf dem Weg zu. Was für uns, Mann? Oh, wie doof seid ihr denn, Alter? Alles klar, ich vermisse mich eben. Ciao. Was war das hier kaufen und los geht's, Mann? Stopp, ich kann doch nicht tun, die Bitches und Schütteln nicht. Was? Alles klar, Mann. Was, Alter, du dumme Chure? Kriegst mich eh nicht nah, mein Kill, du Bitch. Ich gerade auf Ausrasten, denn ist es so ernst, Alter. Top-Lane-Farm, Top-Lane-Farm. Fick dein Leben, du dumme Chure, mein Farm, Alter. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, juckt mich nicht. Ich schaff nicht, meine Kurze zu machen. So, Surrender. Aufgeben. Ich schaff nicht, meine Kurze zu machen.